hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an was es mit dem befehl der 1 gleich 1 auf sich hat bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissen transfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los vermutlich hast du folgenden sql code bereits einmal schon gesehen und zwar select stern von einer speziellen tabelle und dann anschließend ein wer 1 ist gleich 1 warum verwendet man genau diesen ausdruck in einer sql bedingung das kann nun in zwei aspekte betrachtet werden erstens warum genau 1 ist gleich 1 anstelle von etwas anderem und zweitens warum wird es verwendet die erste frage ist einfach zu beantworten es spielt keine rolle was verwendet wird das 1 ist gleich 1 ist ein einfacher weg um etwas zu erhalten das immer wahr ist wir möchten im grunde nichts herausfiltern daher ist eine aussage erforderlich die für jede zeile gilt man könnte auch 2 ist gleich 2 oder auch buchstaben a ist gleich a verwenden das 1 ist gleich 1 ist nur eine einfach zu schreibende und leicht zu verstehende konvention die mittlerweile zum standard geworden ist kommen wir nun zum zweiten aspekt dieser frage und zwar weshalb wird diese sql ausdruck verwendet der einfache hintergrund ist es erleichtert das aus kommentieren jeder beliebigen werklaus sehen wir uns das nun an einem beispiel näher an angenommen ich möchte in diesem fall eine sql abfrage welche zwei bedingungen mit sich bringt und zwar als erstes sehen wir uns nach einer spalte um und verbinden die zweite bedingung mit einem end und möchte dieses auf angenommen gender erweitern ich führe diese abfrage aus alles gut und wenn ich nun aber diese abfrage in einer debugging entwicklung oder in einem entwicklungs stadium erstelle möchte diese aus kommentieren dann erhalte ich natürlich einen fehler und muss in diesem fall eine neue zeile das herausnehmen und das end entfernen damit ich dann sozusagen das aus kommentieren möglich ist ich könnte aber wenn ich einen schritt zurück gehe ein end und 1 ist gleich 1 verwenden das bedeutet wenn ich nun eine beliebige bedingung aus kommentieren möchte in diesem fall merkel status so kann ich das tun und erleichtert mir sozusagen während der entwicklungsphase das optimieren der sql abfrage wie ihr seht ist das der hintergrund für diese konvention und falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und würde ich mich sehr freuen wenn du auch im nächsten video mit dabei bist bis dahin alles gute und viel erfolg bis dahin alles gut